So, da bin ich wieder nach einer etwas längeren Pause. Ich habe zwischendurch das Spiel ausgemacht. Und ja, aber ich habe natürlich vor, heute das Passwort aufgeschrieben. Ich bin ja nicht blöd. Allerdings, die anderen Videos laden gerade hoch. Und da ist mir aufgefallen, dass bei den ersten paar Sekunden der Videos ein Bildmaterial aus dem vorigen Video vorhanden ist. Und der Sound aber stimmt. Also der Sound ist praktisch korrekt, nur das Bildmaterial stimmt nicht. Wie das passiert ist, keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht. Äh, aber ich gucke mal, dass ich das hier dann, ähm... Ja, dass es dann hier nicht der Fall sein wird. Ich entschuldige mich auch dafür. Aber jetzt kommen erstmal die Ön... Habe ich gerade Ön-Minen gelesen? Ich glaube, da gibt es doch vier Welten von... Oh nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 2 und ja ich habe erstmal die phoenix hände also aber echt ein schlechtes geheimnis ist überhaupt nicht versteckt ach komm hoch da zack oje stacheln aah ok jawohl spülung sauber aah so zack vor diesen ameisenviechern können ruhig sauf viele kommen vogelbaba hallo ich spring dir auf den kopf zack die stacheln sind böse oh was ist das denn ah cool die kann ich auf jeden fall platt treten das ist schön das erfreut mich gar sehr so spülung nummer 5 ist das nicht schön zack nein ich wollte ins rote level ja aber so hat passiert schon mal irgendwie hängt das headset kabel hier nicht so schön ich muss mir kurz ein bisschen bewegen ach jetzt hängt es jetzt nicht mehr so lehmkugeln lehmkugeln ich brauche leben deswegen komme die lehmkugeln aah stacheln ok ich wette da ist was muss nur geschickt sein ja nein das war nicht geschickt so das halo ist mega hä 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 die spülung die will ich haben na puh da unten ist auch einer wie soll man da herankommen mit nem furzkopf oh das war es schon ok Da hab ich was gesehen. Halo ist gut. Und du auch. Nein, ich wollte unbedingt diesen Pui haben. Okay, das war eine schlechte Imitation, aber ich hab jetzt wieder einen... Aua! Ganz ruhig. Mann, ey, das ist ja echt nervig. Viel Leben hab ich noch. Oh, eins hab ich noch in Reserve. So. So. Oh, nein, schnell, komm her, komm her. Nein. So, zack. Und zack. Und zack. Soll ich mir die ganzen Phönixviechern? Ich will Leben haben. Nein, 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 nein. Ich hab grad eine Vogelmama gefunden. Ah, ich bin so... Ja klar, fortfahren. Game over. So ein Mist. Jetzt hab ich wieder fünf Leben. Dafür gar keine Munition mehr. Null, 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 null. Bring mir die Phönixviecher wenigstens etwas. Äh. Äh. Oh, die da den Phönixviechern haben. Ob das jetzt gebracht hat? Ah, komm. Soll ich nochmal da unten versuchen? Und... Ein Queer! Der bringt mir auch nicht viel, weil ich den ersten jetzt verloren hab, weil ich ein Continuum gebraucht hab. Ah! Ah, das Lied des, äh, Bonuslevels findet ihr übrigens bei meinen Favoriten. Ein wirklich, wirklich sehr schönes Lied. Sehr schön. Ich hab eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass das, äh, Headset-Kabel am Headset rumschraubt. Ich hoffe mal nicht, dass das so ist, weil das dann die ganze Aufnahme versauen würde. Ja. Deswegen will ich's mal kurz richten. Einen Moment bitte. So, ich hoffe mal, jetzt ist es besser. Hallo, Vogelmama! Zack! Und noch ein Halo. Aua! Boah, da hab ich mir voll die, voll die Hirse aufgepiekt. Uiuiui. Geht doch! Ah! Hoch da! Zack! Zack! Ah, ein Level mit sehr vielen Stacheln. Nein, da geh ich jetzt noch nicht hin. Ich will ja durch. Da muss doch ein Geheimnis sein. Oh, komm. Umso schneller ist die Welt vorbei. Och, das war auch schön. Wunderbar. Jetzt kommen aber dann die int, äh, die int, 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 int. Gestrüpp. Okay, daran kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Doch, die Minen waren klar, aber, aber da, da, hä? Also, komm, das war nicht gut. Naja. Wuhh. Oh. Oh, heheheh. Das war nicht gut. Uhh, Gop, Gop. Ich will die haben. Alle. Oh, wuhh. Ich hasse die Viecher. Diese Viechers. Aufzug. Help, help, help. Und gleich gibt es ein Leben. Help. Oh, ich mag die Viecher nicht. Weil die nämlich scheiße sind. Hepp. Super lauter, er hat zwei drücken und Power absammeln. Das heißt, wenn ich den einsetze, kommt ein riesiger... Aaaaaah. Okay, auf jeden Fall kommt ein riesiger Kopf. Und sammelt alles auf dem Bildschirm ein, was man sieht. Bin ich ziemlich nett von ihm. So. Oh, zack. Ammunition. Oh, ganz viele Lebenkugeln. Aaaaaah. Epp. Oh, Junge, ey. Oh, okay. Oh, ich weiß. Vielen Dank.